Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass die Atomkonzerne noch mal mehr Entschädigung fordern können. Das bedeutet für den Steuerzahler, dass der Atomausstieg noch mal teurer wird. Die Konzerne haben sich ja ohnehin schon freigekauft über die Einrichtung eines solchen Fonds, wo eine Nachhaftung zum Teil ja ausgeschlossen wurde. Jetzt haben sie sogar noch Anspruch auf Entschädigung und das bedeutet, dass am Ende der Steuerzahler ein Großteil dieser Rechnung zahlen muss. Der eingerichtete Fonds ist ja ohnehin nicht ausreichend, um die hohen Kosten zu decken. Jetzt müssen auch noch Entschädigungen gezahlt werden. Das heißt, die Konzerne können sich hier entsprechend freikaufen und der Steuerzahler muss am Ende mehr bezahlen. Der Atomausstieg ist trotzdem wichtig und richtig, denn wir wissen, dass die Atomenergie sehr, sehr teuer ist. Das wissen wir schon seit mehreren Jahrzehnten. Jetzt muss es darum gehen, wenn man den Fonds einrichtet, dass die Belastungen für die Gesellschaft nicht allzu hoch ausfallen.